Mein Konto-Level ist auf 999, mir fehlt noch ein Level und dann bin ich auf Konto-Level 1000. Jetzt mal meine Fluchte nehmen, die ist nämlich Gold. Du hast eine Striker-Pump, ich habe eine Maschinenpistole und was habe ich noch? Ich habe auch eine Striker, trotzdem. Das bringt was, was später dann im Endgame. Nimm du, du kannst die Pilz ruhig essen. Den letzten. Meine ist echt mein Piggy. Kannst du noch ein Mini haben. Warte mal, das ist eigentlich voll dumm, weil wir haben hier keinen Revive-Bus hier. So, ja ich habe mich nicht schon. Müsste ich die Aufgabe eigentlich rein hier, weil ich schon. Ja, jetzt habe ich sie. Und ich bin nächstes Level. Let's go. Oh, das ist so. Okay, ich bin's Konto-Level 1000 zum zweiten Mal in mein Leben. Okay, jetzt greift mich Otto jetzt noch zweimal und dann hat er auch noch eine Aufgabe. Ja, danke. Aber wir müssen es nochmal machen, ne? Ja, ja, warte, bau aber mal einfach nur gerade nach oben, dass ich... Ich editiere das einfach. Okay, das ist... Und dann sterbe ich, tschüss. Jetzt sterbe ich auch. Das ist mir lustig. Warte, hast du genug Holz? Ja, 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 jetzt weiß ich nicht. Dann kannst du mich wieder aufs, ähm, Feuer werfen. Oder, ja, so. Ah, du musst dich da vorne runterlassen, weil ich muss selber runtergehen. Oh, und... Boom. Let's go. Okay, weil ich sage, wo weiß ich mich wieder. Ein Kopfgeld findest und ein Kopfgeld, dann, ähm, sag mir, weil ich muss ein Kopfgeld noch abschließen. Okay. Es müssen sich... Es gibt eins. Da hinten. In die Richtung, wo ich schaue. Da unten. Hast du Hammer schon gebärt? Ja, gerne. Da. Mann, ich treffe dich nicht. Das ist der Kopfgeldtyp, der will ich als Kopfgeld haben. Jawohl, weißt du das? Weil er dich so, ähm, anvisiert hat. Der ist ja perfekt zu uns gegangen. Gott. Ähm. Ähm, ja. Hammer stumm gewählt. Mütig. Oh Gott. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch, haut bei SuperOtto vorbei. Link... Ich hatte sehr geile Otto. Ja, Link ist auch in der Videobeschreibung. Und ciao. Will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the website.